Warte mal, soll ich mal meinen gucken? Nein, meiner ist immer noch stärker. So. Da waren wir zwei dabei, scheiß auf. Verkauf noch mal den anderen Scheiß kurz. Kannst du schon mal hingehen, wegen gleich Reisen. Ja, ich muss ja eben Munition auffüllen. So. Hoppa. Rot ist immer noch besser. Nachladegeschwindigkeit. So, von mir aus saust du. Naja, ich will gerade Waffen wechseln. Okay, wo müssen wir hin? Keine Ahnung. T-Shirt. T-Shirt. Rips. Rips, Rips. Rippchen. Rips. 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 Scheiß Ende zu sein bald, ne? Ja, würde ich auch sagen. Gut, wir haben einmal Waffen eingedeckt. Simsalem, öffne dich. Danke. Simsalem, öffne dich. Ich dachte, das wäre Jack gewesen, wenn sie rumkrebst. Boah. Alter. Schade. Das ist genau so wie der... Du weißt wo. Äh. Wo wir zu den Borderlands 2 den Boss mussten. Ah, du warst das so sau. Ja klar. War ja auch mein Gegner. Halleluja ey. Das war ja auch mein Gegner eben. Ja, ich glaube das ist gerade sinnvoll. Was? Alter. Ja, verwandle dich doch mal du Wichster. Ist klar. Nein, der haut ab. Boah, Alter, was wird das denn für'n fetter? Alter, das... Alter, ich will hier raus. Wow. Ich hab mich einmal getroffen und tot war ich. Hahaha. Nein, ich wollte... Ja, ist klar. Ich spring und bin tot. Instant. Hahaha. Die flücken uns auseinander. Aber instant. Danke. Besonders denn da hinten, Alter, der haut Schaden rein. Ah, da hast du noch so'n diesen... Da hast du dieses Dall, Sam. Pass auf. Ich mach eben das Geschütze hinten weg. Tschüss. Achso, das haut uns so Schaden rein. Das hat auch noch Schaden rein, ja klar. Fuck. Waaaaaah. Wollen wir nicht weiter rennen, komm. Sorry. Wupp. 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 Entchen, wupp. Ich merk's, danke. Entchen. 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 Ja. Ich hab keinen Bock auf die... Waaaah. Woher kommen die Zerbatschringe? Nein, ich werd gleich zerbatscht. Zack, ich renn weiter. Ich renn einfach weiter. Na, ich werbe auf und zu mal ne Granate auf deren Köpfe. ich glaube das ist gar nicht so klug dass wir auch weiter rennt ich bin gleich tot nein ja was rennt du mir auch hinterher aber den krieg glaube ich hier oder komm näher komm danke danke geh einfach weiter geh einfach weiter keine kran keine raketen für den raketen einfach mein schon nicht mehr wo müssen wir hin ja woanders lang nicht hier lang also hier habe ich mich gewundert warum bin ich hinterher ranst weil ich dich vertraut habe du mir ist klar äh guck mal im himmel damit müssen wir hoch oder runter runter hier muss alles machen ja für den weg genau dann tagst geil kaum kriegt ihn er dann hätten und gehst du da rein ich wusste doch nicht dass den schild ist sieht man doch gar nicht du sagst du doch ja aber man sieht nicht dass dann steht ist du sack muss meine waffe tauschen ich habe für die eine schon keine munition mehr aber die musik ist gut hier glaube ich was ist das der medibot tf und es gibt bei dir ja was könnte ich habe nicht gesagt du sollst sterben woher weg hier weg hier granate oder doch nach einfach weiter einfach nein nichts da kriegen wir ein das ist doch einfach nur ein scheißen stark alter na dann nach aber wir müssen nicht mehr so weit drin ne ja 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 da ist du ja Und jetzt boxen, 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 gibt am meisten Schaden. Nur die noch. Boxen, 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 boxen. Wenn der Eis nimmt, sofort boxen. Oh, so ruhig. Das muss mir gar nichts sagen. Oh, da kommt was angeflogen. Wo? Autsch. Da kommt was angeschossen, ja. Mach, hopp, hopp. Ja, wenn ich das zu lange gedrückt halte. Was war das? Hinter dir der. Er ist hinter mir, dahinter ist keiner. Blinkt? Ich hab nur vor mir einen. Der war hinter dir eben. Lass mich ja ran an den. Alter, warum? Der ist das hier. Ja, der stand doch da die ganze Zeit. Nein, bei mir steht der die ganze Zeit vorne. Ich stand hier in der Ecke, du Affe. Och Mann, Pisser, ich hasse dich. Ja, ich muss mein Leben vollkriegen, das krieg ich nicht anders. Wenn ich mit der Gummi ente. Ja, ich kann das doch nicht regeln. Was da kommt. Das kann man nicht regeln. Egal. Ich kann mich mal nicht kaputt hier, sonst haben wir gleich eine Gummi ente. Ja, mach ihn kaputt. Wenn ich so dumm in die Gegend springen kann ich nicht schießen. Verweck. Aber der, wenn wir sehen, aber nicht. Verweck. Ja. Wieso fühl ich Schmerzen? Ja, ist klar. So geht er eigentlich direkt auf mich los, der Pisser. Tötet mich aber. Ja. Ich war so dein lebende Schutzschild. Ja. Aber was kommt jetzt? Doppelte Waffen. Ne. Warte. Der einzige sinnvollste Sache. Ja. Gibt's schon wieder? Mhm. Ja, alles klar. Ich mach jetzt den Wächter hin. Ja. Fick dich. Oh, Alter, wenn ich da zu lange gedrückt halte, dann kommt immer Waffenauswahl. Ritsch, Ritsch hör ich schon. Ritsch, Ritsch kommt man.